Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Fliesenfugen hier wie bei mir in der Küche daheim richtig reinigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Über die Zeit lässt es sich einfach nicht vermeiden, dass man vielleicht mal etwas ausschütte, wie bei mir hier jetzt der Fall ist und das ganze sich dann in die Fliesenfuge hineinfrisst, was natürlich optisch nicht mehr so schön ausschaut. Damit man das wieder sauber bekommt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Hierfür müssen wir mal eine Schüssel mit 100ml lauwarmem Wasser bereitstellen, eine alte Zahnbürste uns zurechtlegen und dann eine Packung Backpulver hier in das lauwarme Wasser hineingeben. Normalerweise reagiert das Gemisch hier drin schon von alleine, doch jetzt können wir mit unserer Zahnbürste noch etwas nachhelfen. Hier einfach schön durchmischen, bis es etwas zähflüssiger wird. Nun nehme ich etwas von der Mischung hier mit der Zahnbürste auf und dann gehe ich einmal in die Fuge rein und kann einfach hin und her bürsten. Das mache ich jetzt einmal kurz, bis der Fleck auch wirklich weg ist. Das sollte auch schon reichen, jetzt die Zahnbürste auf die Seite legen und einfach einen feuchten Lappen nehmen und mit diesen einmal hier drüber wischen und schon können wir sehen, dass unser Fleck hier wieder weg ist, so wie es sein sollte. Kleinere Flecken, wie bei mir gerade eben hier, lassen sich mit so einer Zahnbürste wirklich toll entfernen. Auch wenn du jetzt bei dir zu Hause alle Fugen einmal auf Hochglanz bringen möchtest, dann dauert es mit einer Zahnbürste wirklich Ewigkeiten. Und hier gibt es einfach noch spezielle Fugenbürsten, die auch wirklich toll in der Hand liegen und mit denen lässt es sich natürlich um einiges schneller alles reinigen. Also hier kann ich das Ganze wirklich nur empfehlen. Auch kann es sein, dass in deinen Fugen Verschmutzungen sind, die einfach schon über die Jahre sich so stark festgefressen haben, dass du mit einem Backpulvergemisch hier nicht mehr weiterkommst. Hier würde ich dann auf jeden Fall einen speziellen Intensivreiniger verwenden, der extra für Fliesenfugen und auch für Fliesen entwickelt worden ist. Und somit haben wir dann auch schon unsere Fliesenfugen hier richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein Intensivreiniger für Fliesenfugen oder auch so eine Fugenbürste hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenbestellen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste bei das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Absval 더echmer. Absolut! 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 Ich war WAS B而abend! Das ist heute挺 drunter. icho一个 Leute.